Der nächste Part! Und wieder herzlich willkommen zu Let's Play Bully die Ehrenrunde mit einer neuen Mende dich beim Rektor. Ja, okay. Was macht ein Streber denn hier? Aber warum sollen wir jetzt zum Direktor kommen? Keine Ahnung. Was haben wir denn angestellt? Ehrlich gesagt haben wir ja nur versucht die Schule ein bisschen besser zu machen. Arbeitslehrer 5. Ja, Mr. Hedrick, der ist nicht mehr da. 88,71. Starten wir die Mission. Melde dich beim Rektor. Ah, Hopkins. Jetzt bin ich nicht derjenige, die populärer Sentiment anzunehmen. Du kannst das sagen, bei deinen Kleinen. Was? Ich sage, du bist gut. Irrelevant. Wie gesagt, ich bin kein People Pleaser. Aber in deinem Fall, ich werde eine Exception machen. Eine Exception? Cool. Ja, du bist, ohne eine Frage, der nicht populärer Typ der Schule in der Schule. Auch der fat Kind, der wettet sich selbst, ist mehr populär als du. Coincidentally, es hat auch meine Meinung zu sein, dass du bist ein Filthy, Dirty, Foulmouthed, Awful Little Vandal. Ja, wir schon wussten das. Sehr droll. Ein komedian bis zum Ende. Du musst deine Komedik-Talenten weitergehen, Junge. Bullworth ist nicht für dich. Ich bin nicht derjenige, der ist lustig. Du wisst, was ist lustig? Du. Du bist ein Schöne, du altes Schöne. Du und deine Stuck-Up, Lame-Aß-School. Mit ihren Bullies. Mit ihren Sex-Pest-Teachern. Das Ort ist ein Dump, und du bist ein Großartig. Das Schöne ist ein Schöne, der Schöne ist. und nicht Angst zu sein, dass ein ungewöhnlicher Leiter sein. Du bist blind, mein Mann, blind! Und du bist weg. Ich habe versucht, deine Mutter zu kontaktieren, aber sie ist noch auf eine Kruise. Bis ich von ihr höre, werde ich dich bleiben hier in deinem Raum. Aber du kannst nicht mit der Schule oder in der Schule gehen, oder in der Schule gehen. Du musst mich schlafen. Du bist weg, die Academy zu gehen, um deine Schule zu gehen. Jetzt, raus! Whatever, Mann. Okay. Okay. Wir wurden der Schule verwiesen. Oh, Zoe mag uns jetzt. Thanks for the good times, Zoe. Statistik. 89, irgendwas. Die Mission reingeplatzt, eins werden wir noch nicht machen. Denn ich will erst die Mission machen, der Sammler. Ja, was heißt denn, ihr Kleidervorschrift? Ich wurde der Schule verwiesen, du blöder Idiot. Und ich will erst die Mission reinge customized. Du bist nur noch nicht. Aber ich will nicht mehr Moped haben, ich will mehr einen Go-Kart haben. Steht das eigentlich noch vor der Schule, wo ich es zurückgelassen habe? Nein, tut's nicht. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Hier ich komme! Ich will! Wie viel Geld haben wir eigentlich? 200. Ich würde sagen, kaufen wir erstmal ein bisschen Kleidung, oder? Ja, okay, passt schon. Ich habe es kapiert, dass ihr mich sucht. Aber ihr werdet mich nicht kriegen. So. Halt die Schnauze, man. Äh. Fuck you. Ja, du kannst mir helfen, indem du die Schnauze hältst. Hey, cool. Letzte Hose, Smokin-Hose. Man, äh, ich will diese Kleidung nicht haben. Ich habe es ein bisschen worried. Dann müssen wir wohl über den Strand gehen und umsonst sehen. So, Hose. Jeanslässig. Ja, und Beine. Klassische weiße Sneaker. Outfit. Eigenes Outfit. Klassische weiße Sneaker. 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 Wo haben wir sie denn? Ah, da haben wir sie, ganz toll. So, die passt besser zu Jimmy Hopkins. Jetzt passt's. Mit dem Outfit sind wir reingeplatzt. Nope, das will ich noch nicht machen. So, deswegen werde ich hier auch einen Schnitt machen. In dieser Ecke da. Jimmy war schlimm, er muss sich in die Ecke stellen. Und wir sehen uns dann, wenn's 6 Uhr oder 7 Uhr ist, wo ich dann die Mission starten kann. Also Freunde, bis dann.